Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler, danke für deine Zeit. Hans-Peter, wenn man in den Herbst hineinschaut, es gibt viele Herausforderungen für die Unternehmen. Wo liegt denn aus Sicht der Wirtschaftskammer der Schwerpunkt für diesen Herbst? Ja, wir haben uns da ganz klar committed nach der Pandemiebekämpfung und dem wirklichen Theater mit dem Virus. Da haben wir sehr, sehr viel servisiert und versucht den Unternehmen zu helfen, großen und kleinen. Jetzt sind wir eigentlich im Modus, dass wir sagen, wir müssen natürlich weiter diese Pandemie beobachten und auch unsere Antworten dort finden und weiter natürlich hier wachsam sein. Aber wir kommen jetzt auch wieder ins Tun, weil das war jetzt eine sehr anspruchsvolle Zeit und hat manches an unseren Aktivitäten eigentlich ein bisschen zugedeckt und verunmöglicht. Und jetzt spüren wir wieder Aufbruchsstimmung im Diskurs und haben uns da ganz klare Schwerpunkte gesetzt jetzt für den Herbst. Das heißt einmal Nachhaltigkeit, ganz ein wichtiges Thema, zwar ein Schlagwort, aber inhaltlich ein ganz wichtiges Thema. Klimaschutz, das kommt auf uns zu. Da müssen auch wir als Wirtschaft in Vorarlberg am Standort genau schauen, was können wir selber umsetzen, wo können wir aktiv sein. Da haben wir auch eine Denkwerkstatt, Nachhaltigkeit jetzt, wo wir aber auch schon im Vorfeld einige Projekte identifiziert haben und jetzt auch umsetzen werden. Und das Gleiche gilt für das Thema Bildung. Wir haben so einen eklatanten Fachkräftemangel und auch Hilfskräftemangel mittlerweile. Das ist unglaublich. Auch hier müssen wir komplett ansetzen und wirklich versuchen, es wird sich zwar erst noch mittelfristig auswirken, wir müssen noch mehr in die Lehre, in die duale Ausbildung, in unser übrigens Kerngeschäft gehen. Wir müssen noch mehr diese Umschulungen schaffen, auch Aus- und Weiterbildung für Menschen, die jetzt vielleicht Berufe wechseln wollen, damit wir wirklich diese Nachfrage nach Fachkräften auch befriedigen können, zum Teil. Also das wird richtig anspruchsvoll, das spüren wir. Das wird ein großes Thema und wird uns da und dort sogar unter Umständen Wachstum kosten am Standort, wenn wir das nicht schaffen. Nun, du hast die Nachhaltigkeit angesprochen. Lass mich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Was kann denn ein Vorarlberger Unternehmen machen, um hier wirklich nachhaltig, ich meine, schauen wir uns die globale Situation an, da ist Vorarlberg natürlich ein kleines Rädchen. Ist es denn überhaupt möglich, in Vorarlberg hier Akzente zu setzen? Ich glaube, es ist absolut möglich. Vorarlberg ist ein sehr guter Boden. Ich sage immer gern, Vorarlberg ist voller Lösungen. Es gibt schon ganz, ganz viele Beispiele von tollen Unternehmen, die sich schon klimaneutral gestellt haben zum Beispiel, die sich sehr in dieser Nachhaltigkeitsthematik beschäftigen und dort Akzente setzen. Das sind schon mehr, als wir glauben. Und ich bin überzeugt, wir uns so innovativ wie Wirtschaft in vielen Bereichen, dass wir auch dieses Thema nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, Produkte und Dienstleistungen zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz weiterentwickeln oder überhaupt neu erfinden und entwickeln und dann exportieren. Das ist ein Geschäftsmodell. Also da geht es auch um wirtschaftliche Interessen, nicht nur um die Umwelt. Du hast es angesprochen, ganz kurz, Vorarlberger Unternehmen sind ja schon Vorreiter, sind ja auch schon gut unterwegs. Es gibt oft die Diskussion zwischen Wirtschaft und Umwelt. Ist das ein Thema, das man angehen muss, auch von politischer Seite? Ich glaube, das ist absolut notwendig. Ich weiß auch darum, dass ein Strategieprozess geplant ist, Wirtschaft und Umwelt, der übrigens sogar in der Regierungserklärung der Landesregierung drin steht. Und den wird man jetzt auch im Herbst einmal starten. Und dann werden wir uns dort natürlich sehr, sehr stark einbringen, unsere Ideen, unsere Interessen, weil wir glauben, es ist wichtig, dass wir da eine gute Balance der Interessen finden, weil einseitige Betrachtungsweisen uns da nicht weiterbringen. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir hier gemeinsam Wirtschaft und Umwelt diskutieren und uns nicht gegenseitig Sachen ausrichten und meinen, dein ist schuld, wenn der andere sich nicht entwickeln kann, im Gegenteil. Das heißt aber, Gas geben jetzt auch auf politischer Ebene? Gas geben auch auf politischer Ebene. Gut, Vorarlberger ist auch da schon, ein Stück weit Vorreiter, Energiezukunft oder Energieautonomie, Diskussionen etc. Also da sind wir ja schon auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft, schon in dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit schon gut unterwegs. Aber das heißt nicht, dass man sich auf die Maus ruhen kann, im Gegenteil, also weitergehen. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir es schaffen, diese wirtschaftlichen Interessen, dass auch viele Menschen erkennen, dass die Wirtschaft mit Teil der Lösung sein wird, um diese Probleme zu lösen und nicht Teil des Problems nur. Und wenn ich einseitig nur immer sage, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Und ich bin auch ein Gegner dieser apokalyptischen Prophezeiungen und dieses negativen Zukunftsbildes. Wir müssen eine Narrative, eine Erzählung finden, die viel positiver ist, wo wir die Verzichtsängste und Verlustängste der Menschen wegnehmen und das ganz neu andenken und mit Freude diese große Herausforderung stemmen. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz die Frage, was gibt man den Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg für den Herbst? Ja, auf Sicht fahren noch einmal. Wir kriegen da mit der Pandemie schon noch einmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, es sind so viele gut unterwegs und wir haben ja gesehen, wie schnell wir eigentlich diesen Verlust letztes Jahr am Standard. 6,4 Prozent Minuswachstum ist so ein komisches Wort, Minuswachstum. Und jetzt schon wieder über 4 Prozent Wachstum, oder? Das heißt also, wir sind gut unterwegs und ich glaube, dass ich den Betrieben gar nicht viel ausrichten muss. Ich kann sie nur motivieren, dran zu bleiben, nicht zu verzweifeln, wenn sie nicht gleich Fachkräfte oder Hilfskräfte bekommen und durchhalten natürlich und erfolgreich sein, weil das braucht der Standard. Ohne Wirtschaft geht nämlich nichts. Und Peter, dann danke für deine Zeit und auf einen guten Herbst. Gerne, danke vielmals. Gerne, danke vielmals.